Hallo, ich bin Lara und ich studiere Medieninformatik an der TU und der FU in Berlin und neben mir sitzt... Hi, ich bin Max, ich studiere ebenfalls an der TU Berlin Physikalische Ingenieurwissenschaft und wir wollen euch in unserem YouTube-Projekt Anwendungsbeispiele aus unseren Studiengängen zeigen. Denn oftmals ist das Studium gerade am Anfang trockener als die meisten von euch vielleicht denken und wir wollen die theoretischen Ansätze aus unserem Studium in die Praxis bringen und ihr könnt uns auf diesem Weg begleiten. Wir freuen uns! Damit herzlich willkommen bei...